Okay, so haut es nicht hin. Wir machen es so. Das letzte 1, 6 und 8. Und hier auch 8. Jo, sehr schön. Ja. Vielleicht diese Tenderbox. Wo ist denn mein, 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 mein? Fadenkreuzchen, warte mal ganz kurz. Entschuldigung, ich muss kurz nachgucken. Up, misc. Crosshair Toggle, x. Und wer es vielleicht gesehen hat, das finden einige total ekelhaft. Ich spüre mit Invert-Maus, das heißt Y-Achse ist invertiert. Ich bewege die Maus nach unten und schaue nach oben, weiß was er. Ja, ich bin damals so aufgewachsen mit Quake. Ich werde niemals drauf verzichten. Egal, was andere sagen. Puh. Frau. Ah genau, die müssen wir ausnehmen. Die kommen wir auch später irgendwo. Bonk. Ja, aber da musst du die Rods reinstopfen, glaube ich. Genau, einen habe ich ja schon. Ähm, das ist der Flowcycle. Wenn ich mir jetzt noch mal die Notes anschaue. Flowcycle. Complete Steam Flowcycle. Genau. Das war Dreieck, Trinity. Vorphase war das Viereck. Und Complete Steam Flowcycle ist der Kreis. Das heißt, das gehört hier rein. Das ist so. 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 Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was last night killed. Less than a fortnight had passed since I had asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Also, what can I do next now? Yiiiiiiiiiiiii. I will first use this in the room for you, please. Here? Dice? I know there is something else. I'm not sure. That looks like a sonst Julian right? Dice right? Theicked window, right? Yes, that looks at the center above. Yes. Das machen wir kurz hier trotzdem. Ich kann mich noch in einem Raum hier verstecken. Okay. Stimmte Zahnräder müssen hier hin. Genau. So. Oh, dieses schöne Zahnrad hier. Das hört mich an Kongas Bedford. Oh, wir müssen Kongas Bedford als nächstes machen. Das ist schon eine beschlossene Sache für mich jetzt. Ah, okay. Kongas Bedford ist das wohl beste Spiel, das es auf Konsolen gibt. Das schlägt sogar jedes PC-Spiel. Ja, das machen wir als nächstes. Stimmt. Ich verbrauche sinnlos. So. Jetzt brauchen wir nur noch die Rods und dann ist jeder glücklich. Ach ja, stimmt. Die Rods brauchen wir noch alle. Aber erstmal noch das letzte Zahnrad. Aber da müssen wir irgendwie im Sturridge das Zeug frei bomben, sonst kommen wir gar nicht in die Rods, ne? So. Optimal. Ja, die Rods. Hier noch ein Zettel. Das ist ein Zahnrad. I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia, he said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know I can protect you. Come to Brennenberg Castle, signed Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenberg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful. With so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Just as soon as I break, I'm also a concatered. Hey dude, come on with a moment. I am still good at all. Bye. Bye. Bye.